ciao leute das ist der frank von meinem tesla und ich zeige euch jetzt was ich demnächst vorhaben schaut mal ich habe hier was gekauft was ich heute leider noch nicht einbauen kann aber ich kann euch zeigen sozusagen eine anmutung machen wie es nachher aussehen wird und wenn ich demnächst die wasserfeste steckverbindung noch mehr besorgt habe dann werde ich euch zeigen wie ich das was ich jetzt gleich euch zeige in meinen frank einbauen also wenn ihr das nicht verpassen wollt unbedingt den kanal abonnieren und schon geht's los so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020